Moin, heute stellen wir euch die beiden Quick Connect Systeme von Radar vor. Da haben wir zum einen das RDC und zum anderen das URS System. Das Rotation Disk Connection System, auch kurz RDC genannt, besteht aus zwei ineinander passenden Adaptern. Da haben wir zum einen den Male Adapter, der am Holsterkörper befestigt wird. Als Gegenstück dient der Female Adapter. Dieser kann ganz einfach an den unterschiedlichen Aufnahmen befestigt werden. Hierfür bietet Radar unterschiedliche Halterungen für Gürtel, Koppel, Beinplatten, Molle Systeme und vieles mehr. Um das Holster mit der Aufnahme zu verbinden, werden die Adapter einfach ineinander geschoben. Durch leichten Druck wird der Verschluss arretiert. Durch Betätigen der Klemmvorrichtung kann der Holsterkörper 360 Grad gedreht und wieder festgestellt werden. Die beiden Verschlussbügel ermöglichen ein schnelles Lösen der Adapter. Wem das RDC-System fehlt, kann seine vorhandene Radar-Ausrüstung problemlos damit ergänzen. Das RDC-System ist durch seine Female und Male Adapter flexibel einsetzbar. Ist ganz schnell gelöst und dann an dem Beltloop der Beinplatte oder der Molle Halterung befestigt werden. Kommen wir nun zum Universal Rotating Slide System, kurz auch URS System genannt. Anders als beim RDC-System besitzt dieses einen fest montierten Schlitten und die dazugehörige Einschubaufnahme. Auch für dieses System gibt es die unterschiedlichen Halterung für den Holsterkörper. Anders als beim RDC-System sind die Aufnahmen beim URS fest vormontiert. Die Aufnahmen des URS System lassen sich abschrauben und einfach an den anderen Halterungen von Radar wie Beltloops, Beinplatten etc. anbringen. So ist dieses System auch flexibel einsetzbar und das Holster kann für die verschiedenen Tragevarianten genutzt werden. Auch bei diesem System kann das Holster durch Drücken rotiert und wieder eingerastet werden. Das waren die beiden Quick Connect Systeme von Radar kurz vorgestellt. Habt ihr selber schon Erfahrungen damit? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht ein Abo da zu lassen, die Glocke zu klicken. Wir sehen uns. Tschüss.